so leute es ist zeit ich habe mich endlich mal wieder dran halten können ein stream special hier durchzuziehen wir kommen zur einzig waren objektiv richtigen energy drink tierlist nicht wenn ich das hier so sehe ich weiß nicht ob ich die einfach alle der reihe nach mache also ich war auf jeden fall mal an mit diesem goldenen booster können direkt schon mal gut anfangen den habe ich tatsächlich noch nie probiert genauso wie den braunen booster ich glaube der ist cola geschmack es hat mich hat nie wirklich interessiert so like generell so cola geschmack täglich nicht so ganz weil ich kann auch einfach kann einfach cola kaufen wenn ich bock auf cola habe könnte auch pomegranate sein anyways noch nie probiert aber vielleicht ist er dann gar nicht so schlecht weil granatapfel ist das ja gerade für das meistens schon ziemlich nice aber noch nie probiert also dieser booster hier den habe ich tatsächlich schon mal probiert aber der ist nicht geil der ist nicht geil eis booster generell dieses eis bei einem energy ich weiß nicht das erinnert mich irgendwie zu sehr an so zahncreme oder generell so bonbons das muss wirklich nicht sein der booster der beste booster würde ich in ct packen ich bin nämlich kein so riesen booster werden wie man vielleicht schon sehen kann aber der rote ist mit abstand der beste wenn ich meine mama mitbringt oder der irgendwo mal halt ist und ich kann nichts anderes habe was ich dann trinken könnte dann wird er sich schon mal gegönnt doch doch der ist der ist schon ganz nice den grünen habe ich noch nie probiert der normale booster ist ist die tier booster ist einfach so es hat keinen so richtigen eigengeschmack booster ist genauso wie eine andere mark auf die wir auch noch zu sprechen kommen einfach viel zu basic mann viel zu basic ja tanzverbot war richtig der booster fern aber ich selber muss wirklich sagen für mich sind booster einfach zu basic vom geschmack die haben nicht so einen so einen heftigen kick wie manch anderer ne die schmecken ihnen wie alle relativ also das schmeckt ihnen wie so billig halt ne ich bin einfach billig will ich sagen aber wasser melone wenigstens auch hier direkt unter dem diesen wenigstens noch diesen wenigstens noch in ordnung ebenso ein gutes okayes mittelfeld aber ja die booster würde ich mir auf jeden fall niemals können dann genau das gleiche wie booster effekt ganz ehrlich das schmeckt einfach fast genau gleich das einfach diese typische billig energy marke die eigentlich überall das gleiche rezept hat aber man nicht sagen darf zumindest so kommt mir das vor auf jeden fall effekt mache ich dann auch in state hier weil die sind genau das genau gleich irgendwie keine ahnung den effekt habe ich noch nie probiert aber will ich auch gar nicht wenn ich ehrlich bin effekt mich nicht ich denke pick mir mal den 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 rockstar hier diesen lila blauen der ist nämlich eigentlich ganz cool empfehle ich relativ gut ich glaube aber ich glaube für den top sie packen rockstar ist auf jeden fall generell besser als booster aber auch noch nicht so der der peak mit rockstar habe ich damals mit energies angefangen den rockstar den ich der mein erster energy war die musste ich sogar selber hätten den können wir auch direkt mal nehmen und zwar der cherry der hier der rote das war mein allererster energy überhaupt mit dem hat angefangen mit dem wurde ich süchtig und den mache ich tatsächlich in top sie immer noch b hatte immer noch nicht ganz erreicht dafür ist er nicht krass genug dafür ist er noch nicht krass genug okay jetzt mal ein paar andere jetzt kommen wir nämlich mal damit ihr ein bisschen abweg zu einer top tier marke monster 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 ziemlich ziemlich krasse geschmäcker auch krasser krasser kick den die haben ich weiß nicht monster ist irgendwie ich weiß nicht genau ich habe noch nie drauf geschaut wie viel taurin und was auch immer die energies so drin haben und wie viel koffein und so aber monster den meisten kick finde ich daher monster alle ziemlich nice wir fangen mal mit dem blauen an den hatte ich heute morgen im stream jetzt habe ich den pinken der blaue kommt ganz geschmeidig ins art hier der mango loko anfangs war ich immer nicht so ein krasser fan von leben aber ja je mehr ich den getrunken habe desto krasser ist er eigentlich also mango loko ist echt heftig heftig gut man auch also ist von der von der punchreihe und der ball hat richtig krass rein den würde ich eigentlich vielleicht zwischen a und s vielleicht mache ich noch ein zwischentier aber den finde ich richtig krass der der lina war extrem da schmeckt so ein bisschen wie so eine pimpt up cherry cola die man sich im kino holt weil also ich bin wenn ich im kino bin oder mal ein anderes thema aber wenn ich ins kino gehe wo ich mir meistens nicht einfach so eine normale cola sondern wenn dann halt cola vanille oder cola cherry weil im kino zu popcorn war das richtig und der ist mega gut der lina ist einfach zweimal drin weil er aber auch so gut ist red bull auch eine top tier marke ich glaube da ist sich jeder einig ist auch eine marke die man natürlich am meisten sieht wenn man in der games hier unterwegs ist weil die super viele sponsorings hat anbieten aber eben red bull mega gut und der lina einer der besten red bulls auf jeden fall den würde ich auch ins art hier packen vielleicht sogar zwischen die beiden ne monster ist immer noch krasser aber der lilane red bull ist geisteskrank mann der ist geisteskrank den haben wir auch ganz ganz oft im vereinsheim wird immer richtig ehrenlos in den rachen geschoben der rote red bull das war was war das apfel zimt bomben kombination alter apfel zimt ist krass ich bin generell ja ultra der winter fan apfel zimt hat so einen krassen geruch allein wenn man den 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 energy öffnet es riecht wie weihnachten ist aber eben ich weiß nicht ich kann das könnte es nicht unbedingt mehr im im sommer oder auch im frühling aber so im winter ist es genau genau richtig irgendwie das apfel zimt hat einfach so was wohltuendes keine ahnung ich will den auch heftig lila ist so all time krasser red bull ich glaube ich würde ihn schon noch unter lila packen aber der rot ist echt machen wir weiter mit dem energy den vielleicht nicht so viele kennen bang das sind nämlich energies die die findet man gar nicht so oft die findet man gar nicht so oft aber die sind in usa scheinbar mega populär gewesen und einige stores haben die zum beispiel markkauf hier bei mir um die ecke hat die und da habe ich mal ein paar durchprobiert es gibt noch wesentlich mehr geschmäcker aber das waren halt die die ich gefunden habe deswegen habe ich die reingepackt da der heißt glaube ich rainbow das ist auch etwas mit apfel und das ist blueberry rainbow der ist geisteskrank der ist so gut dass mein favorite bang den würde ich auf jeden fall auch ins art hier packen würde ich ihn über red bull und monster setzen doch nee aber der kommt auf jeden fall auch ins art hier der ist also bang ist generell wie gesagt überraschend krasse firma ist für manche vielleicht bisschen zu süß aber echt geil dann hier der apfel ist auch ganz gut das ist unser erstes b tier doch der ist der ball nicht so sehr wie der hier rein oder war das nicht so sehr wie der hier rein skittles geschmack taste rainbow ein bisschen wirklich schmeckt wirklich ein bisschen so ja weil es halt alles so gemixt ist es ist auch so ein bisschen so kaugummimäßig ich finde es richtig geil doch ich stehen geblieben genau fangen wir mal an mit der nächsten komischen marke bullet kennt ihr das überhaupt wurde das auch so ein kann das auch so ein richtig billig marke booster effekt stuff es schmeckt auch genau gleich eigentlich deswegen auch in stage hier ich weiß nicht generell so diese fake sachen ich glaube bullet ist von rewe ich glaube es von rewe die schwenken alle gleich das nichts besonderes king kong genauso können wir auch direkt ein machen der blau oder der rote komplett egal beide einfach beide einfach lot hier müssen wir auch drin lassen habe ich noch nie probiert kann ich alles mal rein machen auch keine ahnung was das ist auch keine ahnung was das hier ist so was fällt mir jetzt auf ja fangen wir mal mit können wir hatten es ja gerade da alle grüß da hinten am start schlechtest du grüß nicht um der ja raspberry cheesecake bisschen zu heftig bisschen zu heftig man das ist also extrem süß und auch der geschmack der geschmack stimmt auf jeden fall überein mit dem was drauf steht aber das ist für energy zu viel alter dass das ist zu viel ist gut und der kommt boah pack ich gönner g unter die booster ja schon weil bei dem gönner g bei dem roten g ist auch für mich echt schwierig eine komplette dose zu finishen weil der so extrem süß ist ne weiß ich so ganz gut exotik ist generell meist eher nicht so mein geschmack aber der gelbe hat es gut hinbekommen den gelben grüß packen wir in das oberes zieht hier oberes zieht hier auf jeden fall der ist er ist auch ein bisschen extrem vom geschmack her aber irgendwie von exotik die eigentlich nicht so für mich sind dass das einer der besten exotik die die ich da die ich da kenne auf jeden fall noch mal weiter gehen wir zu den weiteren rentals noch die können wir noch schnell loswerden leider eben die sehen sick aus aber ich kenne leider keinen einzigen geschmack davon er ist schon wesentlich leerer geworden fangen wir mal an mit einer neuen marke 28 black davon habe ich erst vor kurzem ein paar probiert der hier mit wheat einfach mit hanf jungen den habe ich noch nie probiert den roten habe ich vor kurzem probiert der war nicht so gut er war nicht so gut aber besser als den als das ganze booster es darf auf jeden fall und der hier der schwarze ist auch der einzige richtige es gibt noch weitere geschmäcker von 28 black ich habe mir nicht die mühge getan das noch hier hinzuzufügen weil die würde ich sowieso alle nur hier reinpacken aber der schwarze asai spricht man das glaube ich aus der ist nice der ist sehr sehr ich glaube es war auch einer von ein blalys lieblings energies dazu kann man einen clip über diesen energy gemacht der ist wirklich sehr nice den würde ich ins top of b packen ich glaube das passt ganz gut top of b ist glaubt ganz gut meine favorite energy brand monster macht irgendwie die besten sachen wir haben hier noch den lila den finde ich auf jeden fall auch ganz gut würde ich aber ins untere art hier packen der hier ist das bessere lila der ist das bessere lila aber ich glaube ich habe gesagt den also der sieht sick aus aber der hat geschmeckt könnt ihr diese boah wie hießen die ahoi brause und dann waldmeister das schmeckt einfach danach und waldmeister war die ahoi brause die mich als kind am meisten abgefuckt hat die war so die war so das war so richtig stechender geschmack dass der ist also es hat ist halt monster deswegen immer noch immer noch ganz okay aber das höchstwahrscheinlich alle der schlechtesten monster auf jeden fall es zählt hier also der hier ist auf jeden fall besser als der komische gelbe den würde ich aber ins bt packen der erste monster im bt hier weil es gibt ein der ähnlich schmeckt aber noch mal tausend besser tausendmal besser auf denen auf dem müsst ihr noch warten auf dem müsst ihr noch warten der nächste monster den ich mir schnappe ist nitro und boah ich muss euch sagen diese reihe hier fakt ab allem die reihe fakt todes ab früher als meine marmonds noch energies gekauft hat so vor paar jahren eben hat sie aus versehen mal die hier mitgebracht statt hat die normalen und nitro und rehab trash monster das sind keine echten monster ist einfach keine echten monster die schmecken die schmecken gar nicht die haben wie der gelbe hier haben die auch so einen extrem stechenden geschmack die kommen sogar unter die hier bin ich ehrlich das ist für mich ist das nicht monster das ist einfach so fake ist einfach fake shit das sind echo fighter die wollen wir nicht die wollen wir hier nicht haben die drei monster da alle trash ich habe die wirklich habt ihr probiert aber ich kann dann mit diesem rehab ich weiß nicht genau was sie daran geändert haben an der rezeptur aber mich kann mit diesem geschmack dieses feeling kann ich nichts anfangen ja ist ekelhaft nehmen das muss nicht sein wisst ihr was barm junge ins trash tier sogar und fangen wir an mit einem aktuellen thema noch weil natürlich viele den hier probieren wollen den neuen red bull der erst vor der kam ja erst im februar von einem monat und finden sogar besser beim zweiten mal trinken daher der pinke red bull der space der ist tatsächlich based der kommt ins art hier der kommt ja doch ich glaube so ist gut ich glaube so ist gut genau ich probiere nämlich auch alles komplett zu ordnen hier dann nehmen wir uns mal noch den blauen vor genau da war ich jetzt gerade der ist junberry das ist auch so ein das ist so ein red bull der passt auch perfekt zum sommer also das ist wirklich eine perfekte edition den mache ich sogar über den hier und über den hier und über den hier ja ja so ist glaube ich gut der blaue red bull ist richtig nice man der ist echt richtig basic red bull ist auch relativ basic mit dem kann man nichts falsch machen erstes erst hier mache ich danach auf jeden fall ja mache ich danach basic red bull mit dem kann man nichts falsch machen der passt eigentlich perfekt ins ich glaube sogar noch gab sogar das hintere vom bt ja ja basic red bull sieht man halt super oft den gibt es auch super oft bei irgendwelchen events und so deswegen habe ich den schon sehr oft getrunken ich weiß nicht genau was die red bull rezeptur ist aber der basic red bull hat auch so hat auch so ein bisschen was von der beere ich weiß nicht genau wo es liegt aber den finde ich auch sehr gut also ja ich glaube bt hier passt b für basic habe ich gehört ja ist hier wer jetzt gedacht wer jetzt gedacht das ist auch alles geplant bei der will ich wollte extra einen pinken monster hier holen weil das dieses getränk ist ein getränk von göttern leute ein getränk von göttern der pinke monster geisteskrank geisteskrank ich habe schon echt einige einige energies probiert aber nichts übertrifft ihn bisher der pinke monster ist ultra heftig orange apfel ananas passions frucht aber falls mal zumindest den hier meint ich mache jetzt mal beide grünen red bulls kaktus frucht ziemlich ziemlich gut ich habe kaktus frucht in real life noch nie probiert aber der ist sehr sehr schön erfrischend mann der ist sehr sehr schön erfrischend den würd ich der ist aber der passt hier nicht rein dem würde ich am anfang von b packen junge okay meinte den grünen hier kaktus frucht ist geil man der ist der ist geil das gut ja 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 feige apfel ihr wisst leute ihr wisst den mache ich sogar unter den roten der rote ist noch besser weil es ist apfel zimt und das ist geisteskrank aber feige apfel ist auch mega gut ich glaube ich sollte ja schon mal dass wie gesagt das könnte noch mehrmals passieren habe ich glaube ich sortiere um ich finde tatsächlich diesen monster hier weil ich den letzter zeit auch richtig oft habe den finde ich auch mega gut mann vielleicht kommt vielleicht schafft er es sogar ans ende von st hier noch vielleicht den finde ich mega gut auch du bist guck mal das sieht einfach eins zu eins aus wie eine kopie von dem monster den ich gerade noch mal höher gepackt hat niemand niemand so geht es nicht der kommt in die schmeckt aber trotzdem besser als diese copy paste eco fighter sache hier ja der kommt da rein dann das hier ist so eine ähnliche reihe wie bei diesen komischen monstern ich weiß nicht genau was hiermit also was hier jetzt genau anders ist bei diesen special special rock stars aber diesen auch trash diese auch der normalen rockstar hat sich nur einmal schwierig an den geschmack zu erinnern aber ich würde ihn einfach mal ins die tier packen der rockstar ist auf jeden fall auch einer meiner favorites wenn der mal irgendwie irgendwo vorhanden sein sollte deswegen kann ich den mal hierhin das hier ist auch wieder so ein so ein hier so ein contender ist auch nicht geil der juice ist auch nicht geil wenn ich ehrlich rockstar ist generell einfach ich weiß nicht man es war meine erste energy brand aber ich bin vom geschmack schnell weggekommen alle anderen sind einfach besser was soll man sagen erst beim zweiten grünen gunnergy habe ich dann gemerkt was das ist und es ist eine bessere sprite auch wenn man es nicht denken mag ich finde gunnergy schmeckt wie eine aufgepimmte sprite und sprite ist top tier was heißt top tier also halt hier getränk vielleicht mache ich auch immer mal so soft drink tier ist noch aber der kommt allein wegen dem grund weil auch zwei einfach gut ist kommt der grüne gunnergy hierhin ja ich glaube so ist gut so ja so passt der grüne gunnergy bett hier erst der ist ganz nice der ist wirklich ganz heiß wie gesagt schmeckt wie eine aufgepfimmte sprite finde ich finde ich schon gut der lilan der gunnergy der krasseste mit abstand der krasseste und auch generell ein jetzt okay das schwierig ich weiß noch nicht weil einfach diese kombination von so marmelade und drumberry die wir bei dem hier haben das ist so gut wenn du den aufmachst du riechst du riechst so diese marmelade so du nimmst den schluck zuerst kommt die du mary dann im nachhinein noch so den marmeladengeschmack junge der lilaner gunnergy der der montag hat geguckt der ist auf jeden fall besser als der red bull drew berry aber besser besser als die ganzen hier hat das weiß ich nicht jetzt muss ich mir noch überlegen aber der lilaner gunnergy ist mit abstand der beste gunnergy der ist so gut man das so gut machen wir weiter mit ja kommen gehen wir mal für den generic monster ganz ehrlich mit der monster genauso wie bei red bull man kann damit nichts falsch machen man kann damit einfach nichts falsch machen der ist auf jeden fall besser als red bull ist ja besser als kaktus hochdau schon eigentlich ja schon grüner monster ist schon gut das hat einfach zu dieser monster geschmack und eben ich bin ja ein großartiger monster fan ich packe das sogar ans ende von start hier doch doch der grüne monster ist schon echt gut dann der blauen monster weil er auch gerade gut dazu passt der ist eigentlich genauso wie der grüne monster nur zero sugar halt er schmeckt tatsächlich obwohl eben kein zucker drin ist fast genau gleich deswegen ich würde ihn einfach eine stufe drunter packen weil der normale monster hat halt hat er zucker und mit zucker automatisch besser da ja ja aber wer generell so ein bisschen mal energie ausprobieren will aber nicht so bock auf zucker hat oder vielleicht auch kein zucker ab kann oder was auch immer auf jeden fall mal den blauen ausprobieren der ist nämlich fast genauso gut ist ähnlich wie diese rehab sachen es gibt für mich keinen grund warum ich mir den grünen monster holen sollte eigentlich der schmeckt er ist okay er ist okay ja ich glaube ft hat er nicht verdient aber er ist okay der kommt ans anfang vom d tier es gibt keinen grund warum ich mir einen grünen monster holen sollte sobald es gibt es gibt so viel bessere geschmäcker der rote monster ist auf jeden fall besser als der grüne aber gehört auch eher hier so hinter vielleicht gerade so hinter den gelben ich glaube da passt er ganz gut hin da passt er ganz gut hin okay wieder genug monster machen wir noch den letzten bang weil er hier mir schon ins auge fällt und zwar irgendwas mit blue rays also so blaubeere und wie ich vorhin gesagt habe bären bei drinks sowieso immer richtig richtig krass deswegen der kommt auf jeden fall weiter nach oben finde ich aber nicht besser als apfel und rainbow deswegen ich glaube hier passt er ganz gut hin ja also wer bern noch nicht probiert hat sonst auf jeden fall machen den film man nicht in jedem store aber die sind ziemlich nice man muss aufpassen weil sie extrem süß sind aber wem das gefällt gut langsam wird es lernen hier ist noch ein rockstar der sich von mir verstecken will apfel war das glaube ich der ist auch gar nicht mal so bad den pack ich hier so hin ja das hier sind auf jeden fall die besten rockstars wenn es irgendwie wenn ich mir unbedingt ein energy holen will und es nur noch rockstar gibt würde ich mir dann halt einen von von denen hier holen die anderen rockstar die kann man in die tonne klopfen alle die bringen nix okay weiter mit redbull machen wir mal ein paar von redbull würde ich sagen und zwar der blaue junge auch so gut der blaue der kommt direkt zum lilan vielleicht sogar das kann man jetzt schlecht machen aber vielleicht sogar auf eine stufe ich finde blau und lila von red bull auf jeden fall auf jeden fall die besten geschmäcker ziemlich 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 gut und ja nicht ohne grund den das red bull getränkt dass wir im vereinsheim eben von freiburg esports am meisten vorhanden haben blau und lila sowieso meine lieblingsfarben und hier witzigerweise eben noch die besten red bulls krasser shit krasser shit dann der gelbe red bull und ein kumpel von mir hat ihn einfach auf die 1 gepackt bei seiner red bull tier list und junge ich muss sagen nee es tut mir leid ja vielleicht auch an den farben sehen kann die gelben sachen sind bei mir meistens nicht so weit oben das glaube ich zu tun ich weiß nicht es ist zu so zu 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 zitrus mäßig auch zu stechend aber er ist besser als die booster und so ne ist er nicht ne ist er nicht was laber ich der kommt hier sogar hin der ist der schlechteste im c tier ganz nahe am d tier ne der kommt sogar ins d tier jungen er ist die spitze des d tiers den gelben ich weiß nicht man auch hier wenn ich die wahl habe zwischen den red bulls es gab keinen einzigen moment wo ich denke ah ja ich hole mir mal einen gelben ne mann der bringt gar nix er schmeckt nicht dann hier der peach red bull den haben glaube ich ein paar auch noch nicht probiert weil er ist importiert den gibt es auch nicht so oft aber junge peach eistee pfirsich generell pfirsich sachen für mich auch meist top tier wenn es um getränke geht deswegen der peach red bull der kann sich wieder schön hier hoch zu den gesellen ich glaube direkt dahinter passt auch ziemlich ziemlich gut peach red bull ist sehr sehr nice solltet ihr auf jeden fall mal probieren es schmeckt einfach wie ein geilerer eistee wie so ein geilerer eistee pfirsich anschließend tun wir dann auch mal an den peach geschmack vom von gönnergy den habe ich beim gönnergy taste test ganz weit oben geratet von den gönnergy deswegen kann man nichts sagen der ist auch sehr gut ich finde ihn aber nicht besser als den red bull peach deswegen würde ich sagen den packen wir hier so hin ich glaube das passt auch ziemlich gut white peach ist wirklich auch ein sehr nicer geschmack auch hier wieder ist es ähnlich wie der red bull peach ist einfach ein aufgepimmter pfirsich eistee und pfirsich eistee ist für mich ein top tier getränk deswegen passt das freunderschein schon hören konnte gelbe sachen gelbe energies sind meistens irgendwie nicht so für mich es ist monster daher ist es immer noch ganz gut aber ja der kommt hier hin ich weiß nicht ich weiß nicht ist einfach nicht so meins dann monster energy assault syren hat lange darauf gewartet assault hatte ich glaube ich bisher nur zweimal und ja er ist schon gut aber ganz ehrlich da finde ich sogar den normalen monster besser da finde ich sogar den zero monster besser da finde ich auch kaktus frucht besser als sei für dich auch besser den auch den nicht so hier hier ist glaube ich auch ganz gut also ist ein guter energy b tier ist ja ein gutes tier aber der ist halt nix im vergleich zu dem hier ja komm machen wir ihn ins unterste von b da passt dann da passt da den hier den hat mein bruder mir sogar heute mitgebracht weil er den mal wieder entdeckt hat die gibt es ziemlich wenig diese lewis hamilton und generell diese autofahrer autofahrer genau formel 1 dinger da lewis hamilton den gibt es ja in blau und auch in rot das hier ist der zero sugar der ist ziemlich gut das ist ein fun fact von meinem dad ist das der favorite also die komplette zucker variante ne der lewis hamilton kommt hier hin ich finde aber auch normales monster besser da geht ja alles relativ schnell hier äh der ist auf jeden fall besser aber der normale monster ist immer noch besser der ist richtig gut der ist richtig richtig gut aber nicht besser als die hier ich glaube der passt da ganz gut hin ja oder finde ich den nilagen energy besser wenn ich schon ja ja so ist glaube ich ganz nice orange neben orange witziger zufall das war jetzt gar nicht geplant hatten wir vorhin auch als thema den finden auch sehr sehr viele finden das ist einer der besten energies überhaupt ist ne nick beets zum beispiel trinkt ihn ja sehr gerne ich finde auf jeden fall auch sehr gut kokosnuss und blaubeere ist halt auch eine echt kranke kombonist ja wie beim blauen energy aber er ist nicht der beste der weiße redbull passt glaub ich hier ganz gut hin gooby fordnit mit großes c ja ich glaube der passt hier ganz gut hin manche würden den echt ins esstier packen aber ne und passend dazu der letzte goderji hier in der liste der blaue goderji ich habe es vorhin schon gesagt ähm war mein favorite goderji bevor die zweite reihe kam deswegen der kommt auf jeden fall auch weiter oben der kommt sogar hier rein weil der blaue goderji finde ich besser als den weißen redbull ja ja ich finde einfach dass goderji den geschmack irgendwie besser getroffen hat gut dann noch ein paar monster der blaue monster tatsächlich ich habe den noch nie gesehen ich habe den noch nie gesehen das ist der einzige monster hier in der liste den ich noch nie probiert habe man der blaue monster ich weiß es nicht aber wenn wir beim thema sind monster white der ballert auch der ballert auch ballert er mehr als der normale monster though nein aber auf jeden fall mehr als die zero variante das ist ein gutes top of b aktuell was heißt aktuell wir sind fast durch genau den monster hatten wir vorhin gesehen den habe ich glaube ich erst letztes jahr probiert und ich muss sagen einer der schwächsten monster leider einer der schwächsten monster da haben wir noch zero redbull da ist eigentlich genau das gleiche wie beim monster der schmeckt fast gleich wie der normale aber ein bisschen schlechter deswegen würde ich den einfach mal hier ins unterste von b packen weil der hier ist einfach besser der ist einfach besser der gelbe monster ne ist eher so ein orange der kommt auf jeden fall irgendwo ins artier der schmeckt wie diese weißen gummibärchen bei haribo und die weißen gummibärchen waren mit rot mein favorite ziemlich ziemlich nice der passt wo passt der hier hin wo passt der hier hin weil hier sind schon krasse getränke alter ich glaube so ja solides artier einfach solides artier der ist ziemlich gut der ist schon ziemlich gut dann dieser reserved wie gesagt bei dem sehe ich da halt nicht einen sinn weil ich würde mir halt einfach den hier kaufen aber der ist ja auch nicht nicht wirklich viel schlechter deswegen kommt er einfach auf die gleiche position einfach hier so hin das passt glaube ich das passt ja ich finde die spring edition besser ich finde den lilan besser bang ja doch also ich glaube ich bin hier mit zufrieden ich schaue mir aber natürlich am ende nochmal genauer an ob ich irgendwas umordnen kann dann haben wir hier noch den watermelon redbull habe ich auch schon vorhin gesagt watermelon meistens hit or miss irgendwie schmeckt es meistens nicht so hart deswegen watermelon kommt glaube ich ins unterste vom beet hier da finde ich sogar eben die normalen redbulls besser dann packen wir den auch einfach hier hin das ist jetzt nicht so spannend aber ich glaube das passt das passt glaube ich ganz gut doch den den ja vielleicht noch hot take aber von den ganzen watermelon geschmeckern finde ich den watermelon geschmack von redbull tatsächlich am besten bei monster ist der irgendwie nicht so monster like obwohl monster meistens eben wie gesagt ja am meisten kick hat irgendwie so am stärksten ist für mich zumindest bei 28 black hittet irgendwie nur der normale rolynda blüte kommt ins ja eben ins d tier genau der ist halt ein bisschen größer aber ist ja egal der ist auf jeden fall der beste von diesen komischen geschmeckern rohling melone rohling melone auch top tier frucht by the way aber ja weiß nicht wie gesagt bei brandy black ist der der schwarze auf jeden fall der beste der pinke ist mit abstand der aller krasseste deswegen gott tier vielleicht mit so und wie kann ich hier eine neue ding machen das ist dann es und dann packen wir da noch den blauen rein der ist nämlich auch insane und doch doch ich muss redbull ich muss es redbull gönnen lila und blau redbull ist auch geisteskrank eigentlich der hier ist auch verdammt gut aber ja so würde ich es vielleicht machen so so würde ich es machen doch das ist meine tieres leute für die die auf youtube das sich angeschaut haben sagt mir gerne ob based oder nicht könnt gerne auch eure geschmäcker eure meinungen kommentieren auch generell gerne lieblings energy marke sagen bei mir hat man es glaube ich auch raus gehört lieblings marke monster danach direkt redbull monster redbull dann gönner g und wie gesagt den habe ich hier auch extra für das video mir hergeholt der pinke monster sagen wollte probiert der ist geistesgestört 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 dieser die Vielen Dank.